Ja, aber ist das so wie, ich sag mal so, kann ich das verstehen, wie in DayZ war das zum Beispiel, da haben Leute so ihre Sachen gesaved, so safen die Sachen, die Leute die Sachen auf dem Schiff und wenn ich das Schiff dann abschieße, kann ich die Sachen nehmen oder wie? Ja, zum Beispiel. Also diese Leute können definitiv Sachen auf ihren Schiffen lagern und die kannst du auch dann looten. Außer, während dem Kampf, zerstörst du ja das Gegner richtig Schiff, ne? Ja. So, und dann kann es passieren, dass du halt diese Kiste kaputt machst, die die da haben. Hm, also das ist ja komisch. Du kannst halt das komplette gegnerische Schiff zerstören, wirklich, das kannst du in alle Einzelteile zerstören, wenn du Bock hast. Was ich halt mal gesehen habe, das war richtig lustig, das war bei einem Streamer, da war es so gewesen, was? Weltairdrift hat, äh, hier hat das letztens erst gepostet. Mann! Ja, okay, aber du hast das besser, Fabi hat das besser erklärt, der Fabi hat gesagt, du kannst doch dir dein eigenes Schiff bauen und andere die Schiffe kaputt machen, so. Also es gibt den PvP-Faktor, ne? Ja, du hast am Anfang, ich, was ich jetzt nicht so ganz verstanden habe, ist bei dem Stream, ähm, die haben halt die ganze Zeit, was von dieser, äh, Wind, von dieser, von diesem Sturm, Wind, Sturmwand erzählt. So, und ich weiß jetzt nicht, ob das PvP-Gebiet erst nach dieser Sturmwand ist oder navor. Ich vermute erst, äh, danach, weil, davor musst du dich halt auch erstmal waffnen. Weißt du, man muss halt gucken, dass, weil ab dieser Windwall ist halt nur noch Heilhut und da sind halt die ganzen Leute, die ich halt versuche... Und was heißt denn Heilhut? Halt bessere Erze, bessere Bäume. Du kannst theoretisch dein Schiff aus jedem Holz bauen, ja, aber jedes Holz hat so seine, seine Stärke, sag ich mal. Und dann gibt's halt... Sollen wir das mal anspielen, dann hast du Bock? Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist noch eine Closed Beta. Nee. Du kannst du brauchst einen Key dafür und du musst den Key ja erst bekommen. Oh Mann. Ja, kann ich ja anstellen, vielleicht kriegen wir einen Key. Ja, mach mal. World's Aidriff heißt das. Also es ist echt, es ist echt super lustig. Ist halt noch, also es hat man im Stream oft gesehen, ist halt noch, äh, wie gesagt, halt noch mal Alpha. Fortress, grüß dich. Und die Nex sind noch, die sind noch enorm, weil die haben halt nicht mit diesem großen Ansturm gerechnet. Ja, vor allem, das haben wir das im Stream und der hat das Games, weil ich mich gestreamt. Na gut, Alter, dann ist es kein Wunder, das ist noch mit. Ja, und die haben halt absolut nicht damit gerechnet, dass das Game halt so... Aber hat ihm das gefallen sollen? Ja, der war das, keine Ahnung, jeden Tag am Zocken. Als ob, also das ist immer noch am Zocken. Hinter der Sturmbildwand fliegt man besser mit Technologien und kann das Schiff aufwissen. Also kann ich ihm auch so irgendwann Laserwaffen geben und dann fliegt man mit dem Schiff und du greift da andere. Das weiß ich auf jeden Fall, wie gesagt, pass auf. Auf jeder Insel sind zum Beispiel Gebäude oder sowas oder so Kanister oder sonstiges, was du halt scannen musst. Und du kriegst für jedes Mal Scannen, kriegst du so eine gewisse Anzahl an Punkten. Und mit diesen Punkten kannst du so deinen Skillbaum quasi bauen, mit dem du neue Technologien freischaltest, weißt du? Das heißt, du hast so einen Skillbaum, mit dem du diese Technologien freischalten kannst. Und was passiert, wenn man sich auflockt, ist das so wie in Ark oder so? Also in Ark bleibt jeder Charakter stehen, also die Base. Ist das so wie Rust? Ich glaube, so ist das. Ich glaube, du spawnst immer da, wo du dich vorher ausgelockt hast. Ja, ja, aber ist die Frage, ob dein Charakter in der Zeit da ist mit deinem Schiff oder ist dein Schiff dann weg? Das weiß ich. Du hast zusätzlich auch noch so... Safe Zones quasi. Achso. Wie gesagt, du hast halt einmal den Bereich hinter der Windwolle, ich glaube, da ist halt PvP aus. Ne, ja, wahrscheinlich nicht. PvP-Gebiet ist hinter der Windwolle. Ja, ich meine es in dem PvE-Gebiet, sag ich mal. Achso, ja, ja. Ich weiß halt nicht, ob da PvP an oder aus ist. Boah, das will ich aber dann zocken. Das hört sich schon geil an. Also ich hab da mega Bock drauf. Ich hab da wirklich mega Bock drauf. Die Grafik ist zwar so lala, aber von der Idee her hört sich das... Echt nice an. Ja, ich find die Idee richtig gut. So ein bisschen... Das wär wieder sowas mit bisschen farmen, bisschen durch die Gegend fliegen. Dann baut man sich ein geiles Schiff, Alter. So mit Laserkanonen und alles. Und dann geht man auf die Jagd. Der einzige Punkt ist halt, das ist das, was mir persönlich sehr gut gefällt, aber andere eher weniger, ist, es kann halt passieren, dass die ganze, alles was du gefarmt hast, von jetzt auf gleich weg ist, dadurch, dass ein komplettes Schiff zerstört wird. Ja, das ist ja der Survival-Faktor, dass das mir so am meisten Spaß macht. Ja, das... Bist du bei mir? Nein, nein, nein. Komm mal. Ich weiß nicht, ob ich hier einen gehört hab. Ja. Bei mir oder was? Bei mir ist der mittlerweile. Der ist direkt an meinem Haus dran. Ich komm. Der hat aber gar nichts. Der hat gar nichts. Also der ist easy kill. Der ist jetzt da. Der ist jetzt auf dem Berg. Der muss noch sein Maid sein. Ja, der ist wahrscheinlich auch noch auf dem Berg. Ich hab ihn gerade gesehen. Der hat wieder Pech. Das ist wieder so eine arme Socke wie wir gewesen. Spawnt und findet nichts. Wir haben ein Auto. Ich hab hier oben gerade noch seinen Maid gesehen. Ich hab von einer Sekunde so ein Maid und ich hab ihn gesehen. Aber ich weiß ja... Ich will irgendwann mal einen Kill machen. So ein Final-Kill oder so. Im Final-Game. Einen Naid ziehen und auf den Gegner zulaufen. Und dann mit dem zusammen so explodieren. Ich will wissen... Oh. Schießt du? Ja. Der hat mit dem Auto gehabt. Ich versuche mich zu überfahren. Ist tot. Schön. Hat aber auch nichts gehabt. Er war wahrscheinlich sein Maid dann. Ja. Der ist direkt gestorben. Waut er dann so schnell ein Auto gefunden. Statt da hinten. In der Stadt sehe ich sonst irgendwie nicht so viel, ne? Sieht ziemlich leer aus. Ich hab auch keinen da landen. Die sind beide oben auf dem Berg gelandet, ne? Ja, die haben aber... Der hat auch irgendwie nicht gelootet. Okay, der hat mich gehört, aber... Der hat versucht zu looten, aber ich bin ihm halt so vorgekommen. Mann, Alter. Das war voll die arme Socke. Das tut mir jetzt voll leid, ey. Das tut mir jetzt voll leid, den angegriffen zu haben. Drop. Siehst du den von oben aus? Ich bin nicht im Haus. Ja, ich sehe den Drop. 285. Wir fahren sofort los. 285. Die kämpfen mit massiven Legs ist halt ein Anfall. Okay, aber ich würde es trotzdem gerne mal testen. Klar, jedes Game hat Legs. Ja, die Legs sind echt noch enorm. Wie gesagt, gut, die haben halt nicht damit gerecht. Komm schnell an. Komm schnell an. Ja, jetzt mal gucken. Ich denke, das ist aber besser. Ja, die müssen auf jeden Fall was machen. Ja, Mucke, ich war gestern auch eine arme Socke. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das stimmt auf jeden Fall. 285 war das. Da ungefähr. War schon eine Waffe, ja, hast du, ne? Ja, klar, ja. Ein Magazin. Gucken wir mal hier. Irgendwo hier muss das sein. Irgendwo hier muss das sein. Irgendwo hier muss das sein. Das ist auf jeden Fall ein Game, das ich mir gerne mal anspielen würde. Sonst lass mal noch die Hauke zu den Containern gehen. Vielleicht ist da ja noch nichts mit mir. Container, Digga. Das ist aber gleich die heftigen Gebiete draus. Hast du echt kein Drop? Oh. Eie. Kein Drop. Oh. In diese Richtung. Die Container haben halt auch high military. Aber das kann halt sein, dass wir hier verpassen. Hier meinst du, oder was? Auf den Containern drauf, in den Containern drin. Was geht mal mit drauf? Oh, hier sind schon tote Leute. Ja, dann werden hier wohl welche sein. Der aber nicht gebootet ist, komischerweise. Nee, aber das hört sich tatsächlich nach so einem guten Ersatz für Ark aus. Äh, an. Weil da hast du wieder so diesen Fang. Oder Ersatz noch, noch würde ich nicht sagen. Ja, noch nicht, aber Ark war ja am Anfang auch nicht so gut, ne? Ähm, Ark hat sich ja erst so mit der Zeit entwickelt. Ark hat sich ja auch erst mit der Zeit entwickelt, aber du weißt, was ich meine. So weißt du, so ein Farmspiel, wo man farmen muss, wo man ein bisschen PvP machen kann. So was halt alles. Ey, das sieht echt super lustig aus, das Spiel, also wirklich. Vor allem auch, wie du dich fortbewegst, das ist so geil gemacht. Ich habe einen Spieler gesehen im Westen. Westen, da, okay. Weiten Westen? Ja, bei den zwei Military Baracken. Nein, Westen. Bei den zwei? Der rennt oben auf den Containern rum. Ich bin auch auf den Containern. Ganz, ganz rechts, ich glaube, der sieht dich sogar. Hä? Ich habe von dir ausgesehen, das ist Nordwesten, da wo du stehst. Ganz hinten rechts die Container. Ich jump mal ein bisschen. Schießt du? Ja. Ich habe ihn zweitern gehofft. Unter mir? Versteck dich, versteck dich. Äh, östlich von mir. Weil sozusagen genau in meinen Containern. Dann lass uns den erstmal holen. Alter, der loot ist ja hier echt brutal. Ich komme zu dir. Lauf ihn zusammen mit um. Wir haben einen von den Kellnern, SGG. Ja, ich sehe den, ich sehe den vor mir. Genau vor mir. Okay, warte. Aber der sieht mich aber auch. Hat er auf dich geballert? Ja. Okay. Nice. Also, der Maid ist halt auch noch hinter mir, ne? Jo, ich brauche hier. Versuch, um schnell wieder auf die Container zu kommen. Wer hat einen Dreierhelm? Ich brauche einen Dreierhelm. Hol dir den. Ja, nimm du, nimm du. Ich habe schon, ich habe schon einen. Okay, ich auch. Ich bin halt ein Visier vertragen. So, der andere war halt von uns aus gesehen Nordwesten bei den Containern. Nordwesten. Puh, Nordwesten. Wenn es ja nicht wahr war, was ich da vermute. Ich habe den noch nicht gesamt gelootet, ne? Also, es kann sein, dass er noch gute Sachen hat. Okay, lasst zusammenbleiben. Falls er da ist, dass wir direkt reagieren können. Okay, hat nichts mehr. Let's go, alter. Was ist denn so ein Maid? Als ob der nicht kommt, als ob der da jetzt kämpft. Eigentlich in der Sonne, ja. Aber ich frage mich, welche zwei Dinger du meinst? Welche zwei Bracken? Guck mal, von hier aus gesehen, so Richtung 285 Grad. Ja, da ist eine. Du siehst zwei große Halden. Ich sehe nur eine. Ich sehe nur eine. Ich habe geschossen. Wo warst du? Ja, direkt neben dir, quasi. Weißt du, woher? Der hat einen Schalldämpfer. Ja, der hat wahrscheinlich die behinderte Waffe hier. Wie heißt die? Oh, es ist Winterwass. Ich habe echt keinen Plan, woher die Schüsse kamen. 300 Grad muss der sein. Der kann sonst nur nicht sein. 200? Nein. 300 Grad. Wo guckst du denn hin? Ich habe, ey, ich habe absolut... Guck mal, wo 300 Grad ist, alter Mucker. Ja, ich gucke da hin, Maid. Nein, du guckst Richtung Norden, alter. Ich gucke in alle Richtungen. Pass auf, du bist da ziemlich alleine. Da wird geballert, im Westen. Ja, oben auf dem Berg, im Westen. Aber nicht er. Nee, aber kann sein, dass... Wie bitte? Wollen wir dann gehen, oder? Ja, sollen wir da hin? Sollen wir da hin, die unbedingt... Moment... Oh, nee, die Sonne ist noch drin. Okay, lass sie, lass sie fighten, alter. Jo. Ich brauche halt erstmal einen Scope, warte mal. Ja, hol doch von denen, let's go. Er hatte keinen Scope. Ja, die, aber die wir töten. Oh, das war ich. Wir forsten die in Nahkampf, einfach. Was ich halt vermute, ist, dass er auf einem von diesen großen... ...unders Kran-Dingern dann ist. Diese riesen Kräne, weißt du? Diese Containerkräne. Ach, da kann man auch hoch? Ja, da kannst du auch hoch. Okay. Kann er halt draus sitzen. Ich sehe aber nix. Aber dahinter sehe ich die beiden. Ist ja auch noch ein gleicher. Hab die da hinten angeschossen? Rotpunkt, wie sehr würde mir schon reichen. Ja, ich kann dir das... Ne. Ich habe ein Hode jetzt, kann ich dir geben. Sag mir, wo du bist. Dem Container, hier ist nur ein Level 2 erheben. Du hast Level 3 er, ne? Ja, ja. Ja, komm zu mir. Komm zu mir. Ja. Ich droppe hier. Vom Berg aus. Da, wo wir hinlaufen wollten. Hat mich gehittet. Haben irgendwas Schallgedämpftes. Haben einen Headshot gegeben, aber der ist nicht tot. Oh, der hat eine K. Den feinten wir nicht, der hat eine K. Den feinten wir nicht. Wo waren die denn? Wir können die in Nahkampf forsten. Oben auf dem Berg. Ja, sollen wir die in Nahkampf einfach forsten? Ja, bis wir da sind, haben die uns abgeknallt. Ne, ne, alles gut. Ich finde die nur nicht. Echt mal noch auf dem Berg. Komm, komm, wir machen das. Wir sind Männer. Ja, ich weiß welcher Berg, aber ich sehe die einfach da nicht. Ah, jetzt habe ich den hingesehen. Sag mal, wenn die vorkommen. Komm nicht, ich versuche mich ab und zu mal zu zeigen. Aber der wirft die Nate nicht. Oh Gott, warte sein, man checkt dich, ne? Der hat dich schon gesehen. Der ist cool, der ist oben auf dem Feld. Einen habe ich daumen? Der andere war links, der andere war links. Links von dir. Links von mir. Um bei der Hütte vielleicht. Ich bin mir ziemlich sicher, du hast ihn getötet. Glaube ich. Ne, 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 ne. Ich habe den nur niedergeschossen. Ich werde beschossen. Ja, ich muss... Wir laufen weg. Ganz leicht gedämpfte Schüsse. Ja, aus einem... Aus Norden von mir aus. Aus dem blauen Vatikan. Ah, oben, 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 oben steht der. Oben. Tot. Okay. Das war sein Mate. Ich halte mich komplett voll. Das war der eine Mate. Der hat aber eine... Die Waffe hat kein Damage gemacht. Ich würde ihn trotzdem gerne looten. Oh. Die zwei haben sich wahrscheinlich zurückgezogen erstmal. Oh, nein. Mach jetzt nicht diese. P-Verscore. Hast du? Fink, die sind einfach den Berg runtergeschüttungen. Ja, da hat er eine Pause als Winter was. Ja, wie meinte ich auch die Waffe. Hast du AK-Moni zufällig? Ich habe... Äh, nein. 30 Schuss noch in der Waffe. Mir die haben 4 Moni. Ich habe halt jetzt nur 88 AK-Moni. Sonst gar nichts. Ja, müssen wir einfach einen töten. Dann hast du wieder eine Waffe. Lexunier, World's Air Drift. Wären wir... Admiral, über World's Air Drift. World Air Drift. Nee, Air Drift? Äh, Adrift. 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 Adrift, keine Ahnung. Also ich werde auf jeden Fall mal da die Entwickler anstellen und fragen, ob ich einen Beta-Zugang bekomme, vielleicht mit zwei, drei Keys. Für ein paar Kollegen oder für einen Zuschauer oder so zum Giveaway. Dann gucken wir mal. Lass mal hier lang laufen. Lass mal drüberschwimmen. Ich habe ein Auto. Ich schwimmen. Ja, lass einfach drüberschwimmen. Ja, wir können hier rüberschwimmen, dann sind wir schon safe. Ich werde mal die Entwickler anstellen und fragen, ob ihr ein paar Keys bekommen. Und ich würde das auf mir... Das hört sich geil an so. Jeder hat das, hat mir das damals vorgeschlagen, aber der hat das nicht so geil erklärt. Da ist ein Tropfenwassermucker. Im Osten. Im Osten, okay. Da auch mal... Immerhin. Getötet, danach wurde Kill. Okay. Jetzt... Dings hat... Einer im Chat hat gesagt... Wer hat das gesagt? Das hat der... Miss Village gesagt, dass wir doch den Kill bekommen haben. Also anscheinend haben wir doch den Kill bekommen. Ja, ich war mir ziemlich sicher da schon getötet, aber... Hier ist sogar ein Boot. Hier ist sogar ein Boot noch. Aber scheiß... Willst du das holen? Nee. Na, wobei... Boot bringt uns gar nichts. Ach, im Osten ist der... Ich hab Osten-Westen verwechselt. Da war dann der Drop nebenbei, den wir gesucht haben. Also das ist der? Ja, 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 definitiv. Muss der gewesen sein. 249. Äh, das ist halt lüschig, Alter. Das brauche ich nicht. Ich brauche AK-Munition. Ich glaube, ich komme nicht mehr hoch. Ich versuche mal ein bisschen AK-Munition für dich aufzutreiben. Da ist er noch hochgekommen. Aber der Server ist leckert da. Der Server ist noch leckert. Oh Gott, wir müssen nach Nordosten. Ja, lass langsam loslaufen, dass wir dann keinen im Rücken haben. Das wäre nice. Thomas, grüße dich. Thomas, ich habe gesehen, du hast wieder den zweiten Platz eingenommen bei uns im Clan. Nicht schlecht. Der Thomas ergibt wieder Gas. Der will an die Spitze. Ich versuche mir die ganze Zeit neue Decks... Hier ist eine Dreier... Und Red Dot. Ähm, Dreier. Nee, es ist ein Dreier-Rucksack. Ist hier. Auch schon. Thomas, ich versuche mir die ganze Zeit neue Decks zusammenzubauen. Aber irgendwie finde ich nichts, was bei mir so gut zusammenpasst. Ich weiß nicht. Wir müssen mal, wir müssen mal demnächst so ein Clash of, wie heißt das, Clash Royale-Stream machen. Und dann müsste ich mir helfen, so ein Deck zusammenzubauen. Dann üben wir so ein bisschen zusammen kämpfen. Okay, da wird schon geballert. Du kriegst gleich deine Munition. Lass halt einfach gucken, dass wir zusammen da hinlaufen. Und dann töten wir ein paar Leute. Okay, geh mal weiter. Ich denke, für ein, zwei Kills reicht das auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Bin halt sonst gut gegiert. Ich laufe schon mal hoch. Ich habe Angst, dass sie aus den Häusern noch irgendwie rausschießen oder... Ja, deswegen, ich will komplett von der Stadt weg. Lieber auf Distanz kommen gehen. Ja, oben auf dem Berg wird gut geschossen. Fahr da hoch. Go play ARK again, please. Very nice nose. Actually, I'm not interested in playing ARK. I do not like the ARK-Community. At the end, it was only cheating and DDoSing and aimbotting and glitching. It's not the game I like. ARK has the game itself has a very big potential, but... Auto, Auto. Auto hinter uns. Nur einer. Ich hab den, glaube ich, die Reifen kaputt gemacht, oder? Ne. Ich hab den noch einmal gut in den Kopf geschossen. Ich hab versucht, die Reifen kaputt zu machen. Ist tot. Oh, wir müssen laufen. Lau in den Nice-Schuss. Die hast du den denn getötet? Catch-Hot. Okay, pass auf, von hinten können die kommen. Die haben die Schüsse vor allem gehört. Ja, die werden noch von hinten kommen, weil da. Werden zu uns kommen. Hier ist die Lootbox. Guck mal, was hat der für eine Waffe. Ja, der hat Schalldämpfer für dich. Katabiner, ich nehm den Katabiner. Schalldämpfer. Oh, der hat so was mit der Schalldämpfer für die Karabiner bei. Und einfach so aus. Raus auf hier das Coop? Da hab ich, hab ich, hab ich. Okay. Hab ich die Komponente genug gekommen. Oh, Schuss auf uns. Von oben, Berg. Äh, sieh, 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 sieh. Hatten Hit. Jetzt Blüte. Hatten, hatten wir dann einen Hit. Einen guten Hit. Einen richtig guten Hit. Tot. Schön, Schiff. Hatten Dreierhelm gehabt. Aber wir müssen gucken, dass die gleich loskommt. Da hat jetzt auch noch eine Karabiner für mich, komm. Wir haben ja, wir haben ja einen Schuss. Vielfach Scope hat der. Wir haben einen Buggy. Buggy losfahren. Nein, kein Karabiner. Auch keinen Schuss für dich. Noch ein Schalldämpfer für die AR. Ja, wir haben schon. Voll. Der lässt trotzdem laufen, würde ich sagen, oder? Mein Auto ist zu laut. Weit? Äh, zu laut. Du kannst einfach zwei Energy Drinks. Naja, nimm, nimm. Drink. Und dann lass langsam los. Wir müssen irgendwie chatten und ich kann dir helfen. Ich war in der Diener schon lange. Ja, Thomas, wir machen das. Wir machen das. Äh, wenn ich streame. Also, ich würde irgendwann so einen Clash Royale-Stream einfach machen. Und dann können wir alle zusammen. Dann versammeln sich die Clash Royale-Experten und helfen mir aus. Boah, das ist halt ein purer Wildkampf. Mucka, Schweinreiter-Deck-OP. Ich hab, meine Schweinreiter sind nur Level 2 oder 3. Das ist nicht so gut. Oh, Mucka, vorne die Gebäude, die sind in der Zone, ne? Ja, wir laufen weiter links, wir laufen weiter links. Wir können in die Bäume. Wir müssen unbedingt nach oben gucken. Nicht, dass sie vom Berg aus kommen. Nebenbei, den wir getötet haben, das war locker der Teammate von dem einen da, den ich angeschossen hab. Gut möglich, ja. Ja, wir müssen die E-Mails nach links abchecken. Wir haben hier ein bisschen Deckung von Bäumen. Dann gucken wir ja, lass sie erst mal bleiben. Gehst du nach hinten? Ja, aber ich seh da keinen. Zone ist gut für uns. Rob ist neben uns, das ist nicht so gut. Hinten sieht alles fresh aus. Lass hier oben lang. Ja, ich seh einen. Die haben mich auch gesehen. Ich hätt noch von dem anders geballert. Ich hätt noch von dem anders geballert. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Zwei Leute da. Oh, warte mal. Ich glaub, ich hab einen gesehen. Weißt, wo die hin sind? Oh ja, Richtung 15 Grad. Der rennt den Berg gerade hoch. 15 Grad von dir aus gesehen. Die sind so 15, 30 Grad ungefähr. Okay. Ich fände den Berg hoch so ein bisschen. Faller noch auf mich wieder. Ich glaub, ich hab dich. Ja, aber ich seh die nicht. Ich bin nicht blöd. Einer hab ich gehittet. Einer am Stein. Plus auf mich. Einer ist hinterm Stein auf jeden Fall. Ich muss weg hier. Wir müssen langsam gehen. Ich hab gute Hits gefressen gerade, ne? Ich geb dir hier ein Sanitätsverschmeldie. Nee, nee, brauchst du nicht. Ich hab alles. Ich hab alles. Ich will mich erstmal irgendwie verkämpfen, sodass ich nur ruhe. Ja, mach hier. Ich geb dir hier Deckung. Oben, oben seh ich. Nein, seh ich nicht. Alter, ich kann noch nicht so blind sein, oder? Der ist auf jeden Fall vor dem Stein. Ja, ich seh'n. Da, glaub ich. Hat jetzt vollkommen. Ja, der ist tot. Wollen wir den Luten? Ähm, nein, keine Zeit. So, und komm, wir müssen weiter. Einer war noch rechts, 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 rechts. Berg hoch. Hat er nen Hit? Oh, geil. Äh, auf links aufpassen. Aber die... Wir haben den getötet, ne? Ich hab aber seinen Teammate nicht getötet. Hast du den niedergeschossen? Vielleicht hatte der keinen Teammate mehr. Die waren zu zweit, ja? Die waren nebeneinander am Stein. Ich hab den einen angeschossen. Aber der war nicht tot. Er ist gerade definitiv gestorben. Ja, ja, das, ja. Oh. Da kommt's die Schüssel, ey. Hier einer war Richtung 150 Grad im Werkbruch. Mhm. Ach, du Scheiß. Lass nördlich langgehen, lass nördlich langgehen. Folg mir, folg mir. Was sind die Leute noch im Leben? Wir gucken hauptsächlich nach links. Ja, lass nach links langgehen. Wir gehen von der Seite aus. Oh, zwei Leute, direkt im Norden. Die sind auf uns. Wir haben uns gesehen. Fein, da hat mich auch. Wenn wir uns gesehen haben, Alter, willst du mich verarschen? Einer hat nen Hit, aber nicht von mir. Was kann denn jetzt sein, ey? Hat dauernd nen Hit wieder? Der hat nen guten, guten Hit gesessen. Ich bin gebrochen. Ich ein bisschen. Mich umpositioniert. Vier Leute noch hinter uns irgendwo. Oh, als ob die mich sehen, wenn ich krieche, Mann. Ja, klar. Ist ja nicht verarscht. Geh hinter, geh hinter nen Baum. Heil dich hoch. Oh, die haben beide Hits. Die haben beide dicke Hits gefressen. Die müssen jetzt selber an die los. Okay, wollen wir weiterlaufen? Warte, ich muss dich voll halten. Dauert. Dann kommt, Muka. Alles gut, alles gut. Ich muss mich jetzt... Wenn an der Sohn sterben, die werden an der Sohn sterben. Wir warten auf die. Aber der rennt alleine weiter. Ja, ja, der muss. Kannst den Arm ballern? Siehst du den noch? Ja, der ist hinter nem Baum. Lauf, 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 lauf. Der ist tot, einer? Oh, 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 schießt auf uns. Hab ihn auch tot? Gehen über uns, die haben auf uns geschossen. Gegenüber von uns, wo gehen gegenüber? Direkt oben am Berg, direkt oben am Berg. Komm links lang, komm links lang. Wir gehen zum Stein. Ich kann nicht, ich muss mich bandagieren. Ich... 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 Ich geh hier unten. Da ist der letzte, der letzte muss oben sein. Okay, okay. Der letzte muss oben sein. Ich umgeh den. Wo genau oben? Koordinaten? Oben auf dem Berg. Ich hab keine Ahnung. Der müsste oben irgendwo rumlaufen. Der kann überall sein mittlerweile. Aber der war 100% nicht oben. Oh, ich seh ihn. Ja, aber seh ich auch. Bam, jawoll! Match finish! Ne, weißt du was? Weißt du was? Die zwei Typen, die ich gesehen hab oben. Die sind beide an der Sonne gestorben. Der Typ hat zu denen geguckt. Neu. War gutes Game, Alter. Schöne Runde. War richtig schön und jetzt wieder landet, Mucke. Der Schalldämpfer macht's, Alter. Schalldämpfer OP ist shit. Die Frau ist irgendwie mit. Vielen Dank.